Grüß Gott und Willkommens zurück zu Far Across the Distance and Spaces C, SDRG und Prelub nach rechts Rechts Was ist denn das? Sag mal, was willst du mir denn damit sagen hier? Laugh and touch us one time Wenn das klappt, kannst du mich Hitler nennen Sag, Junge Oh man, ich wünsche ich mir den Titel verdienen Ah, ich muss links landen Aber ich lande immer noch rechts Du hast deine Katze Otze genannt Jetzt echt? Warum? Dann eben in tieferen Sinn Aber ich grüß dich Grüß Gott, du doofe Otze So, du kannst jetzt offiziell dabei sein Das ist ein sehr besonderer Moment für mich Hier wurden einfach Namen vergeben Die ich überhaupt nicht gut heißen kann Aber bitte lass sie da Das haben Simmel und ich alles entschieden Also, Simmel Nee, ich werde meine Kinder selber benennen Welche sind denn das? Wenn ich eben weiß, wer das war Laura und irgendein anderes Vieh Also der eine ist Hitler Und der andere ist Hitler Okay Das haben wir gesprochen Aber ich bin natürlich